Hallo! Nein! 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 Hat der nicht gemacht! Hier, griff mein Schwert. Schenke ich dir. Als Belohnung. Jo, meine Bros und Pro-Deans und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Minecraft. Bad Wars. Wir sind hier auf einer 4x3 Map, oder? Ich glaube schon. Ja, 4x3. Und ich würde mich gern ein bisschen beeilen, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Mann! Was zum Fick ist hier los? Prügelt euch vielleicht noch drum. Los, schlagt euch! Leute! Die bauen schon. Was ist hier los? Was soll das, Mann? Das ist echt zum Kotzen. Los jetzt hier aber. Mann, das regt mich so auf. Ohne Scheiß. Das ist echt nicht mehr feierlich. Was ist das? Was ist das für ein Teamplay? Kann mir das einer erklären? Kann mir einer dieses Phänomen erklären? Na komm, geh mal. Geh mal. Ach, komm. Bauen wir uns halt straight weiter. Mir auch egal. So. Los geht's. Los, wir müssen hier irgendwas reißen jetzt. Wee! Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Habt euch auch den ganzen Staff. Den Staff. Den Staff. Ja! Puff! Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Übertreibt's mal nicht, Jungs. So. Wenigstens hab ich noch einen erwischt. Weißt du? Wenigstens noch einen, ja. Okay. Gehen wir zum nächsten Team über. Tja. Äh, einfach nur um's zu probieren, ja. Aber wo haben wir denn grad wenig? Oh, da drüben wird auch grad gerusht, oder? Nein, wird es nicht. Wird es nicht. Aber wir können vielleicht blauer ein bisschen, äh... Oh, nee, die haben zugebaut. Da muss ich nochmal weggehen grad, weil ich hab keine Spitzhacke. Guck mal ihn an, hier. Die alte Flachpfeife. Hier. Was ist denn das hier? Oh, oh. Oh, oh. Au, ah, Hilfe. Hallo? Hallo, Hilfe! Ah, nein! Oh Gott. Ich glaub, die haben einen Bogen. Ich glaub, Krün hat einen Bogen. Bin mir nicht so ganz sicher. More LP. Oh, yeah. Fucking yes. Gut, dann muss ich mir jetzt blau vorknippen. Bringt ja alles nischt. So, Spitzhacke. So. Weißt du hier? Vielleicht noch ein Schwert mit... Ein Swordsman. Oh, yeah. Ich bin so ein richtiger Swordsman. Ich bin so ein richtiger... Wow, okay. Okay, das war... Okay, das war einer von uns. Alles ist gut. Alles ist easy. Alles ist easy going. Easy peasy. Easy peasy cheesy. Hat denn rot oder blau eben auf mich geschossen? Das ist... Äh, rot nicht, aber blau. Hat blau eben auf mich geschossen? Das kann gut sein. Nein! Ach, du Heilige! Da hat er mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Das ist ein bisschen unfair gewesen gerade. Das fand ich jetzt nicht so freundlich, sag ich mal. Das war jetzt nicht so freundlich. Das war auch überhaupt nicht notwendig. Weißt du? Ich wollte nur ein Bett abbauen. Ihr Bett natürlich. Das war aber überhaupt nicht notwendig, was der da gerade gemacht hat. Überhaupt nicht. Huch! Jetzt werde ich... Ich laufe... Irgendwann laufe ich nochmal vom Villager instant runter einfach. So, jetzt hat... Natürlich belagern die jetzt mit einem Bogen aus der Mitte raus. Ist ganz klar. Ach, Mann! Das nervt mich so sehr! Das nervt mich so heftig, wenn die da mit einer Mitte stehen mit ihrem hässlichen Scheiß-Drecksbogen und lassen einfach keinen Spielraum mehr zu, Mann. Das macht doch keinen Spaß so. Was ist denn das für eine Scheiße? Das nervt so tierisch. Mach das off. So. Jetzt bau hier nicht noch so Schacht Konrad, Mann. Mach einfach was. Mann, geh scheißen! Was ist hier los, Digga? Was ist hier los? What's going on here? Hallo? Na ja? Oh, oh! Zwei runtergefallen. Das ist aber traurig. Schau mal. Da glaub ich mir auch euren ganzen Stuff dafür. Bin ich nicht nett? Aua, 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 aua. Was ist denn hier los? Sag mal. Hä? Oh, 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 hallo, hallo, hallo. Au, oh, alter, hat er mich weggeklatscht mit der Haust. Mit der Haust. Das war keine Faust, das war die Haust. Die Haust. Oh, yeah. So, dann hol ich mir jetzt eine etwas bessere Spitzhage. Wenn es denn so möglich ist, so einfach, zu blau rüber zu gehen und die ein bisschen zu fisten, dann kann es mit so einer richtigen Spitzhage doch gar nicht mal so schwer sein, da irgendwas zu reißen. Oder etwa doch? Mann, weiß es nicht genau. So. Liebe Freunde der Unterhaltung, der etwas leichteren Unterhaltung. Geht auf grün. Oh, 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 gut. Ist okay. Meine Wege. Nein! Oh, alter! Oh, was ist hier los? What's going on here? Nein! Oh, das ist so zum Kotzen! Warum ist da eine Lücke? Warum ist da eine fucking Lücke? Und warum steht der da rum und macht das nichts dagegen? Boah, Digga, das geht nicht. Ich brauche jetzt noch ein Eisen los. Naja, dann muss ich ja wieder mit einer Bumms-Spitzhage da hinrennen jetzt. Bringt ja alles nüch. Da hole ich mir jetzt eine Truhe hier. Pass mal auf. Was ist da los, Mann? Was ist da los? Kann man das jemand erklären, was da los ist? So, jetzt hier ein bisschen Druck. Druckbetankung. So, und grün macht natürlich ordentlich Druck, ne? Grün macht natürlich richtig Druck. Da muss ich jetzt einfach mal hin. Das bringt ja alles nichts. Ich muss jetzt Richtung grün. Hallo, ich bin dein Freund. So, okay. So, du Spaggo. Was ist hier los? Ui, ui, ui. Hier ist aber was los. Freunde. Ach, hier, guck mal ein Blauer. Ne, doch. Hier ein Blauer. Ah, Hilfe. Hilfe. Danke. So, ich hole mir jetzt auch was mal. Ich hole mir noch eine Rüstung vielleicht. Rüstung. Rüstung. Oh, oder eine bessere Rüstung? Ne, Schwert und eine Rüstung, oder? Schwert und eine Rüstung. Schurzman. Okay, alles ist gut. Alles ist easy. Warum, warum bin ich eigentlich die Bettenbeauftragte anscheinend? Kann mir das jemand erklären? Kann mir das irgendjemand erklären? Bitte? So, ich muss jetzt auf jeden Fall muss ich jetzt zu blau. Alles andere bringt ja nichts. Wow, okay. Hat jemand einen Bogen? I would say so. Hallo. Nein, nein, nein. Hat der nicht gemacht. Hier, griff mein Schwert. Schenke ich dir. Als Belohnung. Wenigstens konnte ich ein paar Sachen von ihnen stibitzen, sag ich mal. Ich stehe hier nicht schon wieder so blöd in der Mitte rum. Ich brauche auch Zeug. Was ist los bei dir? Meine Güte. Was ist los mit dem? Da kann ich ja nicht alles wegfarmen. Das geht so nicht. Mit Faust. Und? Was ist jetzt das Ding? Du hast mich runtergeschlagen. Wo ist jetzt die Schwierigkeit an der Sache? Das verstehe ich nicht so richtig. Hallo. Hallo. Na du? Wie stehst du denn eigentlich auf mich? So. 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 Jetzt war ich kurz mal ein bisschen ruhig, weil ich mich echt konzentraten musste. Oh yeah. Konzentraten musste ich mich. Digga. Was ist da los? Ach nee. Ach hör auf du. Hör auf. Was ist hier los? Ich brauche mal ein Schwert. Dankeschön. Wo ist meine Rüstung? Ach die habe ich schon an. Das ist aber nett. Hä? Wie ging das denn? Wie konnte ich den denn auf einmal anziehen? Was ist da los? Hm. Es ist doch eine erfolgreiche Runde, als ich erst dachte, dass die wird... Wo ist der Blaue jetzt hin? Das ist die Fraga. Ach der rüstet sich hier gerade dick aus. Okay. Ach nee. Das ist ein Grüner da drüben. Schau mal. Oh. Alter. Da hat er mich geklatscht. Die haben Eisenschwerter. Das ist natürlich richtig mies. Die haben Eisenschwerter. Die Bitches. Alter. Das geht gar nicht. Das gefällt mir nicht. Die haben Eisenschwerter. Es sind aber auch nur noch die drei Grünen, ne? Es sind nur noch die drei Grünen. Die können doch gar nichts mehr haben, groß. Was ist da los? Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Oha. Ah, die werden uns jetzt immer mehr fisten, weil die immer mehr Gold sammeln da drüben. Das ist ein bisschen frech jetzt. Das finde ich nicht gut. Geh mal Skype, Alter. Was willst du? Geh kacken. Torpedo-Kacker oder so, wie du auch immer heißt. Was weiß ich. Geh einfach kacken. Ja, komm, leck mich doch um den Sack. Hier unten ist jetzt kein Gold mehr. Und Blöcke habe ich auch keine. Richtig geil. Einfach richtig epic. Hier ist Gold. Das ist ein bisschen. Wey, hallo. Oh, Mann. Da kannst du aber auch nichts gegen machen, ne? Du kannst da nichts gegen machen, einfach. Ich gehe jetzt mit der Faust und fiste die hart. Ich fiste die jetzt einfach hart. Ich weiß nicht, warum. Einfach, weil ich es kann auch. So. 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 Hochzeitkrebs hat es gerissen. Sehr schön. Oha. Ja, gut. Mit Eisenschwert ist natürlich so eine Sache, ne? Mit Eisenschwert ist natürlich so eine Sache. So. Ich werde es jetzt aber nicht übertreiben. Denn wir wollen ja nicht noch riskieren, dass unsere Base noch irgendwie in Gefahr gerät. Das wollen wir natürlich nicht. Okay, wer ist hier? Okay, alles gut. Ähm. Das wollen wir natürlich nicht, dass unsere Base jetzt, unser Bett jetzt noch abgebaut wird. Und dann vielleicht der eine Grüne uns noch hat, von hinten fistet. Oder was weiß ich, was der dann vorhat mit uns. Das weiß man ja nicht. Das weiß man ja einfach nicht, was der mit uns vorhat. Er wird auf jeden Fall schon mal gut aufgehalten. Das ist super. Okay, jetzt komm. Klatschen einfach weg. Komm schon. Das kann nicht mehr so schwer sein jetzt. Da kann ich mehr viel haben, meine Güte. Der kann doch gar nicht mehr viel haben. Was ist da los? Was ist da los? Wie kann der denn so lange aushalten? Alter, was hat der? Hat der denn goldenen Affel gefressen vielleicht? Oder was? Oder keine Ahnung. Was ist das? Ist der bei uns? Nee. Der ist doch nicht bei uns. Der steht immer noch da rum. Okay. Baut sich seine Base in Ruhe weiter aus. Das ist sehr schön. Hallo, Mr. Basey. Base, base, base. Base, 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 base. Wow. Wie er mich hittet. Was ist los bei dem? Was ist los mit dem, Alter? Das ist richtig strange. Wie er einen weghittet einfach. Das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Der hat es richtig Traum. Was hat der für PvP-Skills? Macht der überhaupt noch irgendwas anderes in seinem Leben? Das ist hier die große Preisfrage. Wenn ich jetzt hier noch rauskommen würde, das wäre ein richtiger Traum. Ich komme hier nicht mehr raus. Meine Güte. Ach so. Es wurde geregelt für uns. Sehr schön. GG. Nachricht konnte nicht gesendet werden. Jetzt wird es gleich wieder abkackern. Yeah. Aber nichtsdestotrotz, liebe Freunde, werde ich jetzt einfach mich bedanken bei euch und sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es jetzt aber endgültig von dieser Folge. Ich bedanke mich recht herzlich. Wir waren sehr erfolgreich in dieser Runde. Das freut mich sehr. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal vielleicht wieder. Würde mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr freuen. Und wie schon immer gesagt, wir riechen uns später und zeigst auch deinen Freunden, die feiern es bestimmt auch. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Macht's gut.